So, da bin ich auch jetzt zurück mit dem Video, was ich eigentlich aufnehmen wollte. Denn, ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen, die Piranha-Spitzhacke ist halt jetzt auch wirklich im Spiel. Also die, die die 30 Minuten im Kreativmodus verbracht haben, im Deadrun, die haben die Pickaxe jetzt auch erhalten. Solltest du die doch nicht erhalten haben, dann natürlich einfach noch ein bisschen weitermachen, dann dürfte die eigentlich auch recht zügig bei dir ankommen. So, aber worum soll es in dem Video gehen? Nämlich um was ganz anderes. Und zwar, Achtung, ihr werdet es jetzt sehen. Zack, falsches Bild. Ja, ich darf einen Code einlösen. Denn mein zweites Comic kam endlich an. Ich hatte es schon gestern zu Hause, aber meine Frau hat mir halt vergessen zu sagen, du hast Post bekommen. Es lag einfach oben auf dem Schrank. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber wir lösen den Code jetzt gemeinsam ein. Und für alle, die, die jetzt meinten, sie wären ganz schlau und schreiben den Code ab. Ihr seht ja gerade, ich löse ihn jetzt ein. Was bekommen wir? Batman Zero Wing Kleiter. Bitte bestätige, dass du diesen Code auf dem Konto einlösen willst. Achtet immer drauf, oben rechts, dass ihr auch mit dem richtigen Konto eingeloggt seid. Denn wir wissen ja alle, für Arena und so habt ihr immer verschiedene Accounts, was eigentlich gar nichts bringt. So, aber achtet da drauf und in dem Sinne würde ich sagen, aktivieren. Erfolgreich, dein Code wurde erfolgreich eingelöst. Logge dich auf deinem Gerät ein. Also, würde ich sagen, gehen wir direkt mal rüber. Und da ist auch schon der Kleiter. Manche von euch haben natürlich schon bekommen. Liegt einfach daran, ich habe es halt bestellt. Wenn ihr die Sache natürlich am Kiosk kauft, könnt ihr natürlich Glück haben und seid vor mir dran. Ihr werdet auch sowieso in der Regel immer vor mir sein, weil Postweg eigentlich in der Regel inzwischen länger ist, wenn es nicht gerade von Amazon direkt ist. Da könnt ihr Glück haben und früher sein, aber so, wenn du bei Panini bestellst, seid ihr ein, zwei Tage später. Aber, ihr seht ja, jetzt habe ich den Kleiter auch noch bekommen. Das nächste Comic, warte mal, ich gucke mal gerade im Comic selber, wird am 18. Mai, kann das sein? Doch, am 18. Mai kommt schon das nächste. Mal gucken, was uns da erwartet. Aber ich hatte ja schon ein Video hochgeladen, was die anderen Belohnungen sind. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Für alle die, die den Kleiter jetzt auch schon haben, GG an der Stelle. Und an dieser Stelle sage ich jetzt erstmal, haut rein.